Ja, ich bin auch wieder mal live. Hast du schon dem... Hast du dem schon das geba... Geba? Hä? Hast du überhaupt in der Schule aufgepasst? Ich kann den direkt für zwei Wochen, Digga. So, und bannen. Nee, Alter, es reicht, es reicht. Ich kann nicht mehr hören, Alter. Ich gehe gleich offline, Alter. Wenn ihr so weitermacht, dann lassen wir ab, wenn ihr hier weiterhedet in den Kommentaren. Es reicht, es reicht. Ich will nicht mehr. Oh, mein Ravioli ist gleich fertig. Mein Ravioli, wartet mal kurz. Meine Ravioli? Jungs, wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt. Bei Nussknacker, meinem Reaction-Kanal. Jungs, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Kommt rein. Ey, fuckt mich nicht ab. Wieso kommt ihr nicht rein? Abonniert doch und schaut die Videos. Ihr wollt doch mehr. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert. Yallah, Nussknacker, yallah. Meine Erdbeere? Was zum... Oh, die Heide, wartet mal kurz. Ihr werdet euch in die Fresse hin zu der Aschleinheit, Alter. Schleimer, wir haben schon seit Jahren noch. Verzieht euch von hier. Schleimer, komm raus. Ein Bild machen, Schleimer. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Haltet die Fresse jetzt, ihr Scheißhäder. Schleimer, komm runter, ey. Ihr wisst, dass ihr das nicht dürft. Ich ruf die Polizei jetzt gleich, ja? Komm, Schleimer. Passt auf, dass ich dann runterkomme und euch schlage, ja? Schleimer, komm runter, ey. Ja, aber habt ihr die dicken Eier. Ja, jetzt habt ihr die Eier. Ja, da unten. Schleimer, komm, komm. Wenn nicht euch runterkomme, dann ist aber vorbei, ihr Häder. Habt ihr nichts besseres zu tun, als um diese Uhrzeit hierher zu kommen? Ich ruf gleich die Polizei jetzt. Ich ruf die Polizei. Chat, ich bin sofort wieder da. Sekunde. Schleimer, Schleimer, Schleimer. Das ist doch bestimmt diese Erstsoften-Videos. Nachgehen, ja? Ihr Scheißhäude! Das ist für die Jungs, rein. Rein. Komm. Das Haus ist verkärbt, du Wichser! Polizei, die Hände hoch. Runter von mein Kühlstück! Polizei, die Hände hoch. Polizei, die Hände hoch. Ja, aber die Hände machen. Danke, Herr Müller. Danke, Herr Müller. Ich gehe. Schleimer, bleiben Sie schnell, Schleimer. Reicht jetzt mit. Danke, Herr Müller. Hände hoch, Schleimer. Schleimer, ich bin voll der Schiss genommen. Warum haben Sie ihn abgeschossen? Schleimer, ich bin weg, Alter. Nee, es reicht. Jetzt reicht's mir. Oh, oh. Machen Sie es nicht, Schleimer. Drücken Sie nicht auf den Knopf. Schleimer, hören Sie auch! Oh, oh, oh. Oh, fuck! Geht uns nach, laden. Hör nur zusätzliche Verstärkung an. Schleimer, griff, verrückt. Schleimer, auf dem Boden, Polizei! Hau dich, auf den Boden! Der Pister! Tschüss! Oh, endlich wieder dick essen gehen, ja. Hallo, ein Moment bitte. Sie wissen ja, 2G-Kontakt mit deinem Kommen. Hast Sie hier einen Nachweis? Nachweis? Ja, genau. Ob Sie gemäß oder geimpft sind? Äh, ich guck mal. Ich hab jetzt mein Handy nicht dabei. Krass, Blute. Haben Sie einen Impfausweis dabei? Nein, 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 hab ich. Was für Impfausweis, Mann? Ich will rein, ich will nur essen, ich geh wieder! Okay, okay, hier. Okay? Negativ. Schneid jetzt und du, steh da nicht rum, macht die Wasser mit um. Hi, grüß dich. Was geht? Taddeus, mein Bruder, komm mal her. Bruderherz, ey, oah! Hören Sie auf, die Klappern zu fassen? Da hinten ist ein Platz für Sie, Frank. Kommen Sie einfach, macht jetzt mit, ich bin Ihr Kellner. Kommen Sie mit. Willkommen in Westeros. Was sollen Sie denn haben? Was wollen Sie denn haben? Habt ihr eine Menükarte? Das ist eine Pistole, ich hab nach Menükarte gefragt. Was soll ich damit? Das ist die Karte. Unser Design vom Restaurant. Wollen Sie mich verarschen? Geben Sie mir die scheiß Menükarte. Das ist auch eine Waffe. Willst du dich haschen? Nimm doch, Mann. Das ist die Karte, Mann, du Idiot. Sie haben die Menükarte fallen lassen hier. Ah, gut, danke. Ach, das ist die Menükarte. Sehen Sie? Döner Kebab, haben Sie Döner Kebab da? Döner Kebab. Ja, mit alles scharf. Ja, eine Cola. Und ein Adana Kebab. Ein Adana Kebab. Dieser Laden ist eine Katastrophe, ja. Wie kann man denn hier essen? Pfuh, ekelhaft. Was guckst du denn? Was guckst du? Es geht hier ein bisschen zu weit mit Ihrem Verhalten. Wir haben keine Adana Kebab mehr. Das muss die Polizei helfen, der Herr. Wir haben keine Adana Kebab mehr. Kein Adana. Aber. Der Hund, komm mal her. Komm mal her. Wollen Sie mir sagen, es gibt hier keinen Adana? Wollen Sie mir sagen? Wollen Sie mir sagen? Es gibt die Scheiße, Adana Kebab. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Wir haben eine andere Lösung. Wir haben eine andere Lösung. Was? Okay. Wir haben keinen Adana Kebab und keinen Döner. Aber. Döner ohne Fleisch. Vegetarisch. Vegetarisch, genau. Vegetarisch. Was? Wie war das? Was haben wir? Ich bin der Koch. Ich bin der Koch. Ich bin ein guter Mensch. Ach so. Ich mache dein Essen. Ich mache das. Ich mache... Ihr habt keinen Adana Kebab. Oh mein Gott. Sie dürfen nicht hier drin sein. Das ist Fleisch. Das ist Fleisch. Da ist auch Würstchen, ne? Wollt ihr mich alle ver... Das reicht. Sie lassen das Fleischprodukt in Ruhe. Das war teuer. Ich esse das jetzt. Ich rufe die Polizei. Reicht mir. Beruhigen Sie sich. Angeblich auch kein Chai. Was ist das? Hier ist doch Chai. Hier ist doch Chai. Wollen Sie Döner mit allem? Mit ohne Schaf oder mit Chai? Ist es vegetarisch oder ist es normal Fleisch? Das ist normal Fleisch. Aber machen Sie meinen Döner vegetarisch oder normal? Vegetarisch. Polizei, Hände auf. Polizei, Hände auf. Polizei, Hände auf. Ich habe eine Geisel. Ich habe eine Geisel. Sie tun jetzt die Hände auf. Ich habe eine Geisel. Hören Sie zu. Hören Sie zu. Von der Geiselmix. Verstanden? Ich möchte einen Döner mit Fleisch. Und ich habe kein 2G plus und minus. Er ist nicht geimpft. Bitte, Sie sind nicht geimpft. Sie sind nicht geimpft? Nein. Hä? Was ist denn... Sie haben festgenommen. Nein, nein, ich habe eine Geisel. Ich habe doch eine... Liegt das Messer weg, du Schwein. Hören Sie ihn? Ich bin der Koch. Warum erschießen Sie ihn? Sie sind doch... Ich habe eine Geisel. Jetzt habe ich keine Geisel mehr. Scheiße. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Auf den Boden, auf den Boden. Auf den Boden, habe ich gesagt. Aber was ist das? Endlich mein eigener Burger King. Hat das lang gedauert, das aufzubauen. Haha, geil. Ba-da-ba-ba-ba. Fick ich, McDonalds. Hast du gehört, McDonalds? Burger King ist besser, du! Pfff! Äh... Lass, wartet mal. Ich mache euch an Angebot. Scheiß drauf, wir gehen jetzt. Schmeck, das kommt. Wartet mal, wartet. Ich habe Coupons. Ich habe Coupons. Erklärt mir erst, warum ihr lieber zu McDonalds wollt. Ich habe einen Warteladen. Scheiß drauf. Viel, Alter. Redest du null, Alter. Diese Scheiße. Lade, wir gehen jetzt. Macfish. Okay, warte, nein. Warte, warte. Ich habe ein gutes Angebot. Macf... Big Fish. Ein... Digga, willst du mich ver... Was ist das für ein Fish? Warum ist denn McDonalds? Sag mir, warum McDonalds besser ist. Sag mir bitte, warum. Das ist besser einfach, okay? Es ist besser. Es schmeckt besser. Wir gehen jetzt. Tschüss. Hör mal, hör mal, hör mal. Hör mal, hör mal, hör mal. Sie wollen mich aufschieben. Das wäre aus Prinzip im McDonalds kaufen. Bedoppelt so viel. Was? Das hast du davon. Das hast du davon. Ich hau ab, oder? Soll ich dir doch sagen, 1,49 für zwei Birds? War das ein schlechtes Angebot? Habt ihr Happy Meal? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Und du? Hast du auch immer was dagegen zu sagen? Burger King ist besser. McSunday. Äh, äh... McSunday. McSunday, ja, ich will ein McSunday. Ja, das passiert wieder, wenn du... Versuchst mich abzuspielen. Wissen Sie, was ich habe gar keine Lust mehr, Sie umzubringen? Wollen Sie ein McSunday haben? Fish Mac. Fish Mac. Bei einem Burger King. Hallo, Motherf... Wir haben geschlossen. Kommt nicht rein. Wir haben geschlossen. Verpisst euch zu McDonalds. Ach, McDonalds. Ah, ha, 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 ha. Ihr werdet heute sehen. Heute ist dein... ...Groegstag. Kann man dir helfen, Kollege? Ich will bei McDonalds essen gehen. Komm rein, Bruder. Wir wollen Klinge essen. Klar, ich komm. Ich will auch bei McDonalds essen, Jungs. Ja, Mann. Besser als Burger King. Woo, McDonalds. Bruder, du bist doch... Woo, McDonalds. Du bist doch sicher Muslime, oder? Ja. Die haben hier Helalfleisch. Besser als Burger King. Und dazu ein 20er Nuggetbox. Und der Aktion des Tages. Ja, kein Problem. Oh, Scheiße. Alles gut, was ist das? Ja, ist das Wahnsinn. Oh, ich wünsche einen Big King von Burger King. Da ist Burger King. Aber lassen Sie doch die Leute vor. Alles gut. Bestellt. Bestellt. Was möchtest du haben? Ich nehme ein... 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 ein Whopper. Habt ihr Whopper? Geht auch ein... Macchicken Nugget. Oh, mein Gott. Was wolltest du bestellen? Was wolltest du bestellen? Was vom Burger King. Ich bin nur mit dir mitgelaufen. Und was willst du bestellen? Ich will auch was vom Burger King. Das ist auch... Wie, er lügt? Er hat mich aufgeworben. Er hat mich dazu angestiftet. Er hat mir diese Waffe gegeben, dass ich in Burger King reingehe. Du verdammter Wichser. So, Ronald. Jetzt habe ich deinen Laden übernommen. Jetzt wird dein McDonald's zu fucking Burger King. Schneller, ey. Da lasst, ey. Wir haben Hunger. Ich komme. Bitte, nein. Nach einer Reihe. Wir sind hier nicht in einem Dönerladen. Bitte nach der Reihe, ja? Wie wir das doch kennen. So, der Erste. Kommen Sie bitte näher. Ich wollte einmal... Einmal ein Big Mac. Extra Value. Um links die Nummer 1. Big Mac. Okay. Ein Happy Meal. Ein Happy Meal. Au. Nein. Wow. Der Nächste. Beste Angestellt. Hallo. Moment. Ja, ja. Ich höre zu. Was wollen Sie denn essen? Ich möchte den King des Tages. Burger King. Haha, Jungs. Alles gut. Der Nächste. Essen kommt gleich. Was wollen Sie bestellen? Einmal ein Big Mac Menü. Aber mit Cola Zero. Der Nächste. Okay, ich hätte gerne einen Big King. Ja. Ja. Eine große Cola. Ja, haben wir. Und habt ihr ein McSunday? Will jemand noch was von fucking McDonalds? Oh, du Rixa. Ich habe hier noch was Witziges für euch. Okay. Das war nur Spaß. Ich bin von McDonalds. Ha, hi, hu. Die sind gar nicht tot. Die tun nur so. Ach so. Wisst ihr, was das ist? Kommt damit, ich zeige es euch. Bitte, kommt. Und das ist eine Waffe. Wenn ihr das auf euren Kopf zielt und abdrückt, seid ihr nicht tot. Ihr seid 10 Minuten bewusstlos. Probier es mal aus. Hier. Und dann gib es weiter. Der Nächste. Cool. Ja, ja. Probier es aus. Dieser verdammten Wichser. Alle tot. Oh. Hi. Muss ich das auch machen? Red ich mal um. Guck mal nach vorne. Perfekt. Genau so. Warte kurz. Alles gut. Genau hier hin. So. Was ist das denn genau? Nicht bewegen. Das ist ein Ball. Scheiß McDonalds, Alter. Habt ihr offen? Oh, endlich im Casino. Jawohl, Bruder. I give him. Woo. Wow. Endlich. Endlich kann ich mal spinnen, Digga. Give him. Give him. We love 75.000. Doch, doch. Passt ab, Digga. Scheiß Automat. Pasha? Pasha? Ey. Was suchst du hier? Spielst du Automat? Berück dich mal, okay? Drüben. Warte doch mal. Warte, warum bist du hier? Warum bist du überhaupt hier? Was machst du hier? Ich spiele Automat, okay? Aber ich spiele, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Du spielst einfach so. Er meint, das ist dein Automat. Ist das dein Freund? Ich kenne den nicht. Ich habe viel Praktikum. Ich habe viel Praktikum. Ich habe viel Praktikum. Du bist nicht dein Praktikum. Ey. Du machst praktikum. Scheiß Casino. Ey. Facken Sie die Verparte. Ich rufe auf den Chef. Ey. Willst du mich schlagen oder was? Hebst deine Hand. Willst du mich schlagen? Ernsthaft? Ich habe hier doch Praktikum. Ich spiele mich nicht ein. Hallo. Mich spiele mich nicht ein. Okay? Was ist mit dir? Ich lasse mich jetzt ab. Ich habe nichts für das Verparte. Das war sein Geld. Der hat gesagt, ich soll nur drücken. Ich muss weiter putzen, ne? Zieh den Helm aus. Aufs Reihen, Bruder. So. Ey. Was willst du machen? Warum bist du so zufrieden? Ich kann nicht. Ich gehe jetzt putzen. Ey. Sag dir Chef. Ich muss Überstunden machen. Wachst du rein? Ey. Du setzt mich so offen. Du kleiner. Was willst du machen, Mann? Sag mal, was ist dein Problem? Geh weit. Du bist auch hergekommen zu spielen. Nicht ich. Stopp. Waffe runter. Waffe runter. Waffe runter. Geh weg. Geh weg. Waffe runter. Waffe runter. Waffe runter. Wo ist der Chef? Der ist da oben. Guck mal her. Was ist los, mein Bester? Wie viel hat er hier verzockt? Gucken Sie mal, wie viel hat er in den letzten 10 Minuten verzockt? Gucken Sie mal. Um 70.000, wie Sie sehen. Das ist gar nichts. So viel verdiene ich. Ihr halten jetzt beide die Flüsse. Wir haben uns getötet. Nicht bewegen. Nicht bewegen, ihr beide. Spiel weiter. Spiel weiter. Verzockt dein Geld. Spiel. Nein, nein, Spiel. So. Wo ist hier das Geld? Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Oben. Okay, okay. Okay, kommen Sie mit. Oben. Kommen Sie mit. Oben. Kommen Sie mit. Okay, los. Warten Sie eben kurz hier. Ich gehe eben kurz mit meinen Kollegen das Geld eben kurz ablagern. Fick ich das. Ich komme mit. Wo ist das Geld? Jeder von diesen Chips sind 10.000 wert. Ja, bro. Was soll das halt da? Was machst du hier? Das ist meinung. Auf damit. Der Herr, was ist das denn sein? Aaaaaah. Oh, hier. Unbisschen spielen, ey. Ihr beide. Küsst euch. Komm her, broder. Iiiiii. Das ist geil, ey. Gut da war's. Das ist geil, ey. Yallah.